Musik Es war im Jahre 1904. Eine Kaltfront zog über die Berge. Sie brachte den ersten Schnee des Winters. Die Kälte brachte in diesem Jahr aber noch etwas anderes mit sich. Etwas, das die Leute, die inmitten der Gebirgswälder zu Hause waren, längst vergessen hatten. Sie brachte den Gestank des Todes. Es war im Jahr 1904. Das Jahr der Rache kam in das friedliche Dorf an der Südseite des Berges. Das Jahr der Rache kam in der Südseite des Berges. Das Jahr der Rache kam in der Südseite des Berges. Bis zum nächsten Mal.